Und damit hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft, Schallerrote Kloster, auf Heroisch, gehen wir mal durch und auch immer noch in der Levelfarbe. Wir müssen ja eigentlich nicht alle, aber wahrscheinlich nicht alle mit den Fäden. So, ich gut vorbereitet wie ich bin habe natürlich auch die Skillpunkte. Das Level abwerten, weil er es nach der Instance packen und dann weiter wo ich hin muss. So. 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 Das war eine Verbrechungskanz. Ich bin gar nicht verbrechung. Ok, ich bin in den Ips. Aber wir müssen das später hier oben nehmen, ok. Dann machen wir schon mal das Schwert. Ja komm, es sind alle da. Niemand versteckt sich vor dem Adler. Ich habe gestern durch ein paar Leute, das heißt durch ein paar Leute, durch einige YouTube-Fans erfahren, dass sogar schon Leute unterwegt sind, die unterwegt sind. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Wo ich das auch mal schaffe. Also der Paladin hat dafür auf jeden Fall die Kompetenz. Ich werde das Potential nicht kennen. Ich werde euch brechen. So schwer sind das auf die Impfstoffen so eigentlich. So schwer sind das auf die Impfstoffen so eigentlich. Ja. Wieder einmal. Siegt blindermut nur im Märchen. Nehmt mal mit. Nehmt mal mit. Ihr seid so weit gekommen, nur um hier zu sterben. Ich werde euch mit. Ich werde euch mit einem raschen Tod ehren. Ich bin wieder auf die Blutterscheibenkotze gekommen und jeder versteckt sich dahinter. Das ist schon mal smart. Wir haben wohl auch ein Exploit rausgenommen, von dem ich auch nichts wusste, wo man jede Menge von den Fäden und sowas bekommen kann. Okay, das wird aber noch nachheilen. Ja, da ist das Level ab. Ich habe kein Level abbekommen. Was? Nein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war eine schnelle Runde. Scharlachrotes Kloster. Vielen Dank. Bis dann. Pause.